Hallo Krampus, wenn es einmal wirklich besonders aussieht nach der Krampuszeit, da fällt es auch richtig auf mit so einer richtig schönen Hirschlederhosen. Die ist super stift. Da passiert es ja nichts. Das ist ein Charivari. Die ist einfach so richtig, wenn ihr schaust. Die Bräder zu euch, haue die Westen. Ja, du schaust kurz gleich. So. Das ist aber ein Passige, oder? Vielen Dank.